Arbeit Ich will nicht zur Arbeit Keinen Bock auf Arbeit Bäcker Jetzt regelt dieser Bäcker Teils doch auf den Bäcker Aufstehen Keine Lust zum Aufstehen Ach du Schreck Jetzt habe ich zu schlafen Unmöglich Es zu schaffen Zu dieser Arbeit Ich will nicht zur Arbeit Krank Jetzt mach ich einfach krank Der Kass ist heiß gedankt Denn ich bin unten krank Arbeit Keinen Bock auf Arbeit Keinen Bock auf Arbeit Ich will nicht zur Arbeit Macht doch eure Arbeit Ich will nicht zur Arbeit Stress Keine Bock auf Stress Ich will nicht zu schlafen Ich will nicht zu schlafen Ich will nicht zur Arbeit Ich will nicht zur Arbeit Ich will nicht mehr Ich will nicht den Müll Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Meine Lieder sind die Wut Über dich und deine Brot Doch ist dir das scheißegal Doch ist die Gewalt vorbei Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Mit Mammut und mit Höhlenbär, bewaffnet nur mit einem Speer, streift ein Ohrmensch durch sein Reich, getrieben von der Gier nach Fleisch. Mit seinen Kiefern, seinen Zähnen zerreißt er Muskeln und auch Seelen. Der Gehlenbiss war sehr geschickt, und beim Töten half ihm das Relikt. Oh, das Relikt. Der Gehlenbiss war sehr geschickt. Der Mensch von Deutschland nur versteht, nur es im Auge kaum zählen. Hinter seiner Lässigkeit in der Nährung zu der Kaste Zeit. Im modernen Körpermaß hat er sich nicht angepasst, und als zuletzt im Kiefer spricht, doch es heute war das Relikt. Oh, das Relikt. Ganz zuletzt im Kiefer spricht, doch bis heute. Das Relikt ist nicht vergessen. Das Relikt auf seine Zeit. Das Relikt macht nicht besessen. Das Relikt, es kommt auf deine Zeit. Auch mein Gebiss war viel zu klein, für das Relikt aus Feuerstein. Es hat sich durch mein Fleisch geschnitten, und ich hab bitterlich gelitten. Schmerz, wie ich ihn nie empfand, warf mich zu Boden, kurzer Hand. Der Natur ins Auge blickt, denn nun muss es heraus. Das Relikt, oh das Relikt, oh das Relikt, der Natur ins Auge blickt, und nun muss es heraus. Das Relikt, ist nicht vergessen. Das Relikt, auf seine Zeit. Das Relikt, macht nicht besessen. Das Relikt, es kommt auf deine Zeit. Die Behandlung war ne Qual, wie ein Köln im Ritual. Volter und Inquisition sind dagegen Plackkorn. In dem Stuhle hilfelos, brate ich in den Gnadenstoß. Doch der Doktor war geschickt, und bis es heraus. Das Relikt, oh das Relikt. Doch der Doktor war geschickt, und bis es heraus. Das Relikt, oh das Relikt. Das Relikt. Oh das Relikt. Das Relikt. Das Relikt. Das Relikt. Untertitelung des ZDF, 2020